Hey zusammen, ich bin Ryan Scherrer, ich bin 19 Jahre alt und mache die Lehre als Elektroinstallateur bei der EW Höf AG. Heute darf ich einen kleinen Einblick in meinen Alltag geben. Kommt doch mit! Als Elektroinstallateur ist man von Anfang bis zum Schluss dabei, wenn ein Haus gebaut wird. Vom Einlegen, übers Einziehen, bis zum Montieren von Schalter und Lampen. Es gefällt mir, dass der Beruf so vielseitig ist. Man ist drinnen sowie draussen der frischen Luft am Arbeiten und den ganzen Tag auf den Beinen. Bei der EW Höf AG ist die Lehre sehr abwechslungsreich. Wir haben verschiedene Teams, die wir halbjährlich rotieren. Wir haben ein Neubau, Umbau, Service und sogar ein Photovoltaik-Team von Solaranlagen gebaut. Bei der EW Höf AG kann man schon früh selber viel Verantwortung übernehmen. Nach der bestandenen Autoprüfung habe ich ein eigenes Geschäftsauto bekommen und mittlerweile habe ich sogar einen eigenen Ausstrahl. Wenn du Elektroinstallateur werden möchtest, solltest du eine gute Matikenntnis haben, ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, sowie gerne körperlich arbeiten, drinnen und draussen. So, das waren kleine Einblicke in meinen Alltag. Wenn es dir gefallen hat, bewirke ich euch heute noch. Wir freuen uns auf dich! Top Daler Top Gleichnis Top好 Top Suo Topje